Ich hab' heute auch noch einen Schwachabfall. Schöchen! Schöchen, zack, zack. René, schöchen, du Arschloch! Voll besoffen schon. Und ihr werdet gute Musik gespielt von meinem Homey. René! Willst du da gleich rein oder was? Auf gar keinen Fall, Digga. Eher kotzig, Digga. Nee, auf gar keinen Fall gehe ich da rein, Alter. So, Hector, let's go. So. Fein, Häggie. Der hat momentan richtig, Digga. Kaido war natürlich auch wieder freiwillig im Wasser, ist klar. So, Schlinge, hoffe ich jetzt alles tutti frutti. Heute war ich zusammen mit den Jungs auf dem Pfingstmarkt. War auf jeden Fall eine gute Entscheidung, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall gute alte Erinnerungen hochgekommen. Jetzt war ich gerade noch mit Kaido spazieren. Schöne Runde in Appel um den See. Und ja, Kaido ist jetzt bei Anna. Die fährt heute noch zu Debbie und Gizmo. Zu Kaido seinem Homey. Ich fahr jetzt noch ins Café zum Kollegen. Noch ein bisschen Essen dabei. War aber mein Lieblingsitaliener bei Billy in Mariso. Dann noch mal ordentlich was geholt. Ja. Das wird mein Tag erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euer Pfingstmontag war auch schön. Ihr habt mit Familie schön Zeit verbracht mit Freunden. Kuss, Kuss. 1,5,5,0-3,5,5,1,5. 1,5,6,2,0-3,1,5,0,5,0. Das muss man als beim Wiener am V Tesla in Marisa Urit in Marisa Urit. So ist es das Loch bis heute. So ist es hiermit. Und das in der Stadt.